So ist er eine Spinne? Die kommen hier von überall her. Von oben, von unten, überall ist es unsicher. Ihr sollt sich alles kaputt machen! Nein! Mach mich alles kaputt, ihr doofen Dinger! Warum sind denn hier so viele Creeper? Mann! Das ist doch doof! Scharf! Oh Mann, erschreck mich nicht so! Ja, ne! Die können hier überall herkommen, überall, wenn die hier herkommen, diese Creeper! Mann! Mann, 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 Mann! So, hier ist eine Sackgasse. Hier dann zum Glück nicht mehr! Ja, scharf! Wie bist du überhaupt hier reingekommen? So, da könnten sie auch rauskommen. Rein theoretisch. Da ist Lava, da eher nicht. So. Vorsichtig tasten wir uns jetzt hier ran. Gucken, kein Creeper. Kein Creeper. So, mein kleines Schafi-Schäfchen. Guck mal, was ich hier hab. Ups, danke. Ups. Hab doch schon hier ein Zombie gehört. Und ne Spinne. Ach, ihr seid doch alle doof. Lass mich doch allein in Ruhe. Ist da irgendwer? Nö. So, wer? Da kommt... Na, keine Ahnung. Das ist ja ein Stein. So. Dann holen wir uns mal das Eisen. Und die Kohle. Da, wo jetzt ausnahmsweise mal nichts herkommen kann. Und wir haben... Ich glaube, es ist 31 Eisen. Ach, Mann. Mindestens ein 64er-Stack. Um danach oben mal wieder irgendwie weiterbauen zu können. Ja, doch. Wir könnten den Eingangsbereich fertig machen. Skelett. Wo? Wo denn? Ich höre das doch... Wo ist das denn? Hä? Hä? Ach. Ja. Kollege, ich hab dich zuerst gehört. Erde. Und ne Spinne ist da auch irgendwo. Ach, da unten. Hallo. Da hat uns der Creeper ja einen neuen Weg offenbart. Na toll. Juhu. Freut dich. Bei meinem Glück kommt dann auch von oben gleich wieder einer. Deswegen... werden wir hier oben erstmal ausleuchten kurz. Oh, Gott. Ey, ich hasse diese Viecher. Ja. Ey, du bist doch am Arsch, ey. Komm her. Ja, nun komm doch her. Hallo. Ey, du Blindschleiche. Ey, blind, aber ne dumm und blind. Wirklich, so liebt man ja Creeper. Nicht explodieren. Spür. Ich hasse es. Ich hasse Creeper. Ich hasse wirklich Creeper. Die Irren. Creep, Creeper. Ja. Und hier auch eine Spinne. Das kann natürlich sein, dass wir eben keine Focke mehr. Das kann auch sein. Äh, dass jetzt oben Nacht ist und dass die an der Ta... äh, an der, ähm, Oberfläche hausen. Ach, guck mal, da geht's raus. Das ist ja spannend. Ja, sieht mir ein bisschen nach Nacht aus, ne? Ja. Ich will mich jetzt noch nicht rauswagen. Aber hier ist es, scheint es wenigstens sicher zu sein. Um sich ein paar Fackeln zu machen. Boah, ja. Hört sich auch sehr sicher an. Ich weiß noch nicht, womit wir jetzt hier rausgehen. Oh, meine Fresse. Erschreckt mich doch nicht so, ey. Ey, boah. Ja, das stört halt. Oh Gott. Ey, du kannst mich ja so erschrecken. Ich kann dir ein Herz empfangen. Die Bäume sehen ja auch sehr elegant aus mit diesem... Oh, nein. Oh, nein. Ist noch irgendwo einer. Vielleicht ist ja irgendwo ein Creeper, der gleich ankommt. Guck mal, boom und dann... Dann war's das. Doch, da ist ein Creeper. Sag ich ja. Nur keine Ahnung, wo wir sind. Erstmal in die Wüste, da ist sicher. Pilze sehen ja auch sehr schick aus. Okay, wir sind erst mal aus der Höhle raus. Hat so seine Vorteile. Dass nämlich den Weg nicht zurückzuführen müssen. Ach, da ist ein Zombie. Das sieht man aus. Die sind aus. Und die sieht aus mit Endermen. Da sind Creeper. Da ist dieses komische Lavaloch. Gibt's hier keine Endermen? Mann, warum denn nicht? Die sind doch sowieso die coolsten. Vor allem lassen die die sinnvollsten Items fallen. Du bist ja ein Bogenschütze, oder? Noch einer? Eine Menge anderer? Da ist gerade eine Spinne, die spawnt. Ah, da. Da. Aber der sieht jetzt nicht, ja? Ne, dem sind wir zu weit weg. Ich will jetzt auch nicht die Spinne auf uns aufmerksam machen. Na gut, Spinny. Komm mal her. Komm mal her. So. Dann können wir ein Stückchen näher an den Enderman. Aua. Aua. Na, also geht doch. Ja, nun komm her. Ja, nun komm. Sei ein braver Enderman. Sei ein braver Enderman. Dein Mund sieht doch wie komisch aus. Dein Mund sieht zählen merkwürdig aus. Ach. Bist doch blöd. Bist doch. Wie soll man denn den bitte töten? Ich muss gerade sagen, man ist immer wegtelefoniert. Mann, jetzt stört halt. Danke. Ähm. Lied und so? Ah. So, da ist eine Spinne. Eine Spinne, eine Spinne, die uns nicht sieht. Hier sind eine Menge Monster, hört mir gerade auf, die uns nicht sieht. Alle außer Creeper sind mir eigentlich relativ schnurzpiepiger. So, komm mal her. Komm du mal her. Okay. Bist du mal einer, der gemobbt wird in der Schule? So hässlich, wie du aussiehst. Bist du doch bestimmt einer, der gemobbt wird. Und jetzt musst du deine Aggressionen nachts an anderen auslassen. Ja, ja. Ja, du bist der Streber, wa? Du bist der Streber von der Schule. So siehst du aus. Komm. Ja, ja. Ist wieder typisch. Immer die, die in der Schule irgendwie am Arschigsten dran sind. Oh, ein, guck mal, ein, 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 ein. Da ist ein, ähm, Spinnenreitermann. Dort. Seht ihr den? Dort. Der auch gleich sterben wird. Beziehungsweise das Skelett wird sterben. Und die Spinne bleibt am Leben, man ja. So ein hässliches Viech wieder. Jetzt auch zwei auf ein, ja. Und jetzt ist die Schlepp kaputt. Leute, wollt mich verarschen eigentlich. Stirb, halt. Stirb. Wow, ich habe noch ein Holzstern. Äh, äh, ein Steinschlepp. So, da, einmal für euch zum Ankauken. Und, du wirst jetzt auch sterben. Ja, und, äh, der Zombie auch. Das einzige was, die nicht schübt, den die. Reaper. Und die Spinne, naja, gut, aber die Spinne sind nicht so schlimm. Die tun mir jetzt nichts mehr. Die Endermänner sterben auch nicht, aber gegen die kann man jetzt nicht mal mehr kämpfen. Weil die sich denken, oh, es ist Tag, oh, wir sind jetzt lieb. Nein, wir hauen jetzt ab und mal, es ist ein Schrankloch. Oh, nee. Einmal in den Untergrund der Welt gucken, gefährlich? Bitteschön. So, jetzt sollen wir jetzt zurück zum Haus finden. Wir haben, naja, sie sind und weiß. Egal. Wir haben einen Spinnenreiter gesehen. Das ist doch auch schon mal was Besonderes. Das kommt uns alltäglich vor. Wir haben, naja, das kommt schon alltäglich vor. Wir haben uns ein Schwert kaputt gemacht. Das heißt, wir haben gut gekämpft. Easy. So bescheuert aus. Aua. Ja, jetzt habe ich gerade mir voll draußen vom Haus und ein Idiot hupt. Wie ein Verrückter. Das ist ein Schäfchen. Oh, komm noch. Danke. Na, du bist ja einer. Versteckst du dich da unter dem Baum, ha? Na, okay. Da sind Creeper. Die sehen aus wie Hunde, wenn ihr so dunkel sagt. Und da kratzt, da kratzt. Wow, ich dachte gerade, da sitzen Hunde. Und dann sitzen da aber Creeper. Und das gefällt mir natürlich gar nicht. So. Now we have to look for our house. Our house. Da ist es ja schon. Also zumindest ist es hier. Ja, genau. In the middle of our street. Our house. Sieht doch einfach mal schick aus. Kann man doch nicht alles sagen. Das ist jetzt nicht so schick gewesen. Ups. Welcome home. Hallo Sk- Hallo Skazis. Hallo Skazis. So, den Ofen bauen wir mal ab. Ey, ich muss mich unbedingt um das Texterpick kümmern. Weil das ist ja... Das ist ja voll... Scheiße. So, du da rein. Ich sagte... Du. Da rein. Du kannst auch mal abgebaut werden. Und dann die... Ähm... Stones hatte ich in die Kiste gelegt meiner Meinung nach. Ja, hatte ich. Wie lange... Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir aufnimmt. Das ist ja wieder schon mehr Käse. Ich muss ja unbedingt irgendwo meine Uhr stellen. Es war... Ja, so eine halbe Stunde jetzt vielleicht oder so. Keine Ahnung. Komm her. So. Nicht wirklich lang. Herrgott. So viel Kohle. Es sind mir lieber ganz Eisenmeer. Naja, egal. Man kann ja nicht wilderisch sein. Naja, total mehr. Oh je. Das Höhlengeräusch. Aber wir wissen ja... Wir haben natürlich... Unser Haus genau auf einer Höhle gebaut. Das ist ja wieder ganz typisch. So, so. So, so, so. Da geht's raus. Und ein bisschen zu bohren, damit da nichts spawnt drin. Du bist überflüssig gewesen. Und dann die... Steine. Das sind sie. Die Stones. Das sieht aus, als ob... Ja. Ach, siehst du, wir haben ja Wolle. Wolle, Wolle. Da ist Wolle. Dann können wir hier wenigstens schon mal... das zubauen, auch wenn das jetzt hier noch ein bisschen merkwürdig aussieht. Aber naja, das wird dann noch in Ordnung gebracht. So, sorry. Ich musste gerade gähnen. So leise wie möglich. Ach, das ist Flint. Gunpowder. Das ist nix. Die Kakaobohnen. Ja, da... Da könnten wir rein theoretisch mal gucken. Weizen. Hatten wir Weizen schon irgendwo? Huh? 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 Nee? Hä? Nee? Nee jetzt? Nee? Nee, sagst du nee? Meow? Nee? Enderperle? Aber einmal... Ach, die kann man... Da ist noch Glas. Ein Satz. Dann können wir mal ein Schweinchen reiten. Ähm.